also den mann kenn ich nicht? kenn ich nicht. das sieht arabisch aus, vielleicht saudi-arabien mäßig. belarus? nee, noch nie gesehen. ich kenn ihn nicht. was kannst du nicht sagen, wer das ist? botschafter oder sowas kenn ich. argentinien. hab ich noch nie gesehen. frankreich? das sieht deutsch aus. kenn ich auch nicht. er könnte aus bayern kommen. oh mein Gott, die sind alle gleich. ich kenn ihn auch nicht. nord-europa? sagt man auch nix. ist auch immer deutsches dabei, als der zwischendurch. israel? das ist vladimir putin aus russland. putin? putin? ja, putin. das ist der präsident von russland. wie heißt der? putin? das ist vladimir putin. das ist vladimir putin, präsident von russland. putin! russland. putin von russland. ist der präsident von russland. wie heißt er? putin. ja.